Hi Leute, hier ist wieder Sven vom Casedester-Blog. Natürlich habe ich hier wieder mein iPhone 14 Pro Max-Ding und in diesem Video geht es um eine besondere Hülle und zwar von Bellroy. Ja, das ist eine Lederhülle mit integriertem Kartenfach und das Besondere an dieser Hülle ist, dass ihr hier eine Lederhülle habt mit drei Jahren Garantie. Inwieweit das natürlich am Schluss abgewickelt wird, weiß ich nicht, allerdings stehen dort drei Jahre Garantie und die Bewertungen sind bis jetzt auch gut. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass ihr hier dieses Problem nicht haben werdet, wie bei zum Beispiel so einer originalen Apple Lederhülle, die einfach schon nach einem Jahr oder auch manchmal schon nach ein paar Monaten oder Wochen einfach komplett abgenutzt und zerkratzt ist und das Leder geht kaputt. Das werdet ihr hier nicht haben, weil ihr halt drei Jahre Garantie drauf habt. Dafür kostet diese Hülle aber auch 85 Euro. So, packen wir das gute Stück mal aus. Also sonst ist hier nichts weiter dabei. Gekauft habe ich mir die auf Amazon, wie gesagt 85 Euro und so schaut sie aus. Sie ist auch ein bisschen dicker, das liegt allerdings an diesem integrierten Kartenfach hier, was wirklich richtig cool ist, kommen wir aber gleich nochmal zu. Ja, ich würde mal sagen, wir starten mit den Vorteilen. Fangen wir erstmal beim Schutz an. Wir haben hier ein komplettes Hardcase, also die Rückseite ist komplett hart. Hier haben wir so dicke, harte Gummirender, das heißt, wenn einem das mal runterfällt, das schützt richtig gut, absorbiert sozusagen den Schlag. Wir haben hier, wie ihr sehen könnt, noch einen Innenschutz drin. Der geht allerdings nicht bis in die Kanten rein, sondern ist wirklich nur hier auf der Innenseite. Wofür diese Dinger hier sind, das weiß ich leider nicht, das habe ich irgendwie nicht herausgefunden. Falls es jemand weiß, schreibt es mal rein in die Kommentare, würde mich auch mal interessieren. Ja, kommen wir mal zum Kartenfach. Und ich habe hier auch schon zwei Karten drin, drei Karten könnt ihr reinpacken. Die sind dann einfach hier so drin. Und das Schöne dabei ist, das ist hier nochmal mit Mikrofaser innen drin. Also das habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Drei Karten passen perfekt rein. Eine vierte kriegt man nicht mehr rein, außer man ist da wirklich richtig am Drücken, aber das sollte man natürlich nicht machen. Und das Ganze hält auch hier einfach magnetisch, also dieser Verschluss hier. Das heißt, das kann dann nicht mal eben einfach so aufgehen. Ja, das Leder ist angenehm. Es ist hier unterteilt, also hier haben wir den Gummirahmen, falls ihr das sehen könnt. Und hier hinten haben wir halt das Leder. Wir haben hier auch so eine Art, ich glaube das sind Metallknöpfe oder gute Plastikknöpfe, glaube ich sind das eher. Sehen auf jeden Fall edel aus. Und ja, wie gesagt, das fühlt sich angenehm an und das ist jetzt auch nicht so, also wenn ich da jetzt mit einem Fingernagel drüber gehe, habe ich nicht gleich diese ganzen Schrammen da drin, wie bei so einem originalen Apple Case. So, packen wir das Handy mal rein und gucken, wie das Ganze aussieht. Also ich muss sagen, es geht schwer rein und auch richtig schwer wieder raus, weil es ist jetzt wirklich extrem eng. Das werdet ihr jetzt nämlich auch mal sehen. Man muss es hier richtig rein drücken. Manche haben natürlich dann sofort Angst, dass die iPhone kaputt machen. Macht man aber nicht. So, fangen wir an. Wir haben einen Kameraschutz hier. Ihr seht, dieser Rand der Hülle, der geht ein richtig gutes Stückchen rüber. Circa 2-3 Millimeter würde ich sagen. Das heißt, wenn ihr das Ganze so hinlegt, liegt die Kamera nicht auf und wir haben auch keinen Buckel hier drauf. Das heißt, das Ganze wackelt hier nicht rum, weil die Hülle hinten an sich halt sehr dick ist, wegen dem Kartenfach. Die Knöpfe haben einen sehr guten und auch hörbaren Druckpunkt, obwohl das Case an sich ziemlich dick ist. Die Aussparungen sind auch alle gut getroffen, wie ihr sehen könnt. Da wird nichts verdeckt. Und auch hier. Und der letzte Vorteil, das Ganze ist auch mit allen Panzergläsern kompatibel, die ich schon getestet habe. Schaut mal rauf auf meinen Kanal. Dort könnt ihr die fünf besten Panzergläser sehen. Die könnt ihr alle mitverwenden. Da wird an den Seiten von dem Case nichts wieder hochgedrückt. Und ja, das waren die Vorteile. Kommen wir mal zu den Nachteilen von diesem Case. Ich mache das hier nochmal auf, damit man mal sieht, wie das überhaupt so ist, wenn man das in der Hand hat. Oder eher gesagt, wenn man das Handy noch drin hat. Ja, der erste Nachteil. Wir haben hier leider kein MagSafe. Das ist natürlich diesem Kartenfach geschuldet. Das heißt, all euer iPhone MagSafe Zubehör könnt ihr nicht mehr benutzen. Auch kein kabelloses Laden hier hinten mit diesem Puck. Ich habe den hier liegen. Ich nenne ihn immer Puck. Der hält hier natürlich nicht. Und das funktioniert leider auch nicht. Also darauf solltet ihr achten. Der zweite Nachteil. Wir haben einen Displayschutz, der kaum vorhanden ist. Ihr seht diese kleine Kante, die hier rüber geht. Das haben wir bei allen anderen Hüllen eigentlich nicht. Da geht das eigentlich immer trotzdem noch zwei Millimeter rüber, obwohl man Panzerglas installiert hat. Hier leider kaum noch. Und der letzte Nachteil. Ja, natürlich 85 Euro für eine Handyhülle. Das ist schon nicht einfach so. Kommen wir zum Fazit für diese Hülle. Wer eine stylische Lederhülle mit Kartenfach sucht, der wird hier, denke ich, fündig. Es kostet zwar ein bisschen mehr, dafür hat man aber auch drei Jahre Garantie aufs Leder. Also wer genau so eine Kombo sucht und zum Beispiel keinen Bock hat, sich so ein Apple Wallet hinten drauf zu kleben oder, wie gesagt, per MagSafe drauf zu patschen, der, denke ich, ist hiermit richtig gut bedient. Gerade wenn man noch irgendwie so ständig mit dem Bus unterwegs ist und hier nur eine Fahrkarte oder Sonstiges drin haben muss, ist das schon eine richtig feine Sache. Ja, das war der Test zum Bellroy Case. Falls ihr solche Videos in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, solltet ihr unbedingt Abonnent werden. Dann verpasst ihr die nämlich nicht mehr. Und wie gesagt, lasst einen Daumen hoch da. Ich würde mich riesig freuen. Und ich sage wie immer, bis zum nächsten Video. Und ich sage wie immer, bis zum nächsten Video.